Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Bossguide aus dem kommenden Schlachtzug Sanctum of Domination, Sanctum der Herrschaft zu WoW Retail Patch 9.1. In diesem Video dreht sich alles um einen der letzten Bosse und dabei handelt es sich um Fatescribe Rokalo oder zu deutsch Schicksalsschreiber Rokalo im normalen und heroischen Modus. Wie mal zunächst einen Blick auf den generellen Kampfablauf. Der Boss ist in drei Phasen unterteilt. P2 beginnt jeweils bei 70 und bei 40%. Das ist dann so eine Zwischenphase, wo der Boss nicht angreifbar ist. P3 ist im Endeffekt dann wie P1, wobei die Kernmechanik aus P2 nun auch zusätzlich gespielt werden muss. Im Bossraum befindet sich, und das ist die Hauptmechanik in dem ganzen Bosskampf, eine interaktive Drehscheibe auf dem Boden. Diese wird in der Zwischenphase vom Boss verschoben, neu ausgerichtet. Ziel ist es dann, die Drehscheibe wieder in die Ausgangsposition zurückzustellen. Dies kann man bewirken, indem man sich in Runen hineinstellt, die sich auf der Drehscheibe befinden. Dadurch setzt man die Drehscheibe in Bewegung und gelingt dies nicht innerhalb eines Zeitlimits. Da wird ein Raid weiter AOE gewirkt, welcher zu einem Vibe führt. Schauen wir uns den Kampf einmal in Ruhe im P1 an und gucken, was passiert. Der Boss startet halt in der Mitte, sollte aber nach kurzer Zeit an den Rand gezogen werden. Es gibt dann, wie immer, ein paar Standardfähigkeiten. Man sieht hier einmal so riesige Beams, die den Raum einmal in zwei Teile splitten. Dann kommen gleich hier so Debuffs. Da müssen die belegten Spieler entsprechend aus dem Camp rauslaufen, weil am Ende eine Explosion kommt, die natürlich nicht im Raid hochgehen sollte. Des Weiteren gibt es Debuffs auf Random Spieler, die weggehalten werden müssen. Und eine Tankfähigkeit, die wir dann gleich nach der ersten Zwischenphase sehen werden. Ich würde sagen, wir schauen uns trotzdem schon mal an, um was für Fähigkeiten es sich dabei handelt, beziehungsweise welche Fähigkeiten man bis dato schon gesehen hat. Die Tankfähigkeit, die wir gleich erst sehen werden, ist in diesem Fall die Fähigkeit Schicksal herbeirufen. Dabei handelt es sich um einen Debuff, der Schattenschaden verursacht und nach Ablauf eine AOE-Explosion. Auch hier ist es wieder so, dass der Schaden geringer ist, je weiter der Tank vom Camp entfernt steht. Oder umgekehrt. Zusätzlich spawnt an der Stelle ein Ad. Dieses Ad muss vom Tank gekitet werden. Solange das Ad lebt, erleidet der Tank 75% erhöhten Schaden. Und jetzt kommt das Entscheidende. Erreicht das Ad den Tank oder volle Energie, wird ein tödlicher AOE gewirkt. Das Ad muss also gekillt werden in einem bestimmten Zeitfenster. Und ja, stirbt das Ad, spawnen aus dem Ad noch mal mehrere kleine Ad's. Die nennen sich Schicksalsbrutanomalie und diese wirken Shadow Balls auf Random Spieler. Und ja, die muss man dann auch noch Fixed Down machen und am besten kicken, so oft es geht. Zudem gibt es für die Tanks eine zweite Fähigkeit. Die nennt sich Prüfung des Wahrsagers. Beim Tankwechsel bekommt der Boss mehrere Stapel eines Buffs. Diesen Buff baut der Boss ja auf den aktiven Tank ab. Jeder Abbau verursacht zusätzlichen Schattenschaden auf den aktiven Tank. Bedeutet also, in dem Moment, wo der Tank spotten muss, weil der andere Tank den Debuff raustragen muss, sollte der spottende Tank mit entsprechender aktiver Mitigation dafür sorgen, dass der Schaden oder der erhöhte Schaden, den der Boss in dem Moment austeilt, entsprechend gehandhabt wird. Währenddessen muss der Raid sich mit den Fähigkeiten Schicksalszerrung, Ruf der Ewigkeit und Schicksalskonjunktion auseinandersetzen. Das hatte ich eben auch schon mal gesagt. Einmal diese riesigen Raumteilerbeams, die entsprechend hier in diesem Kampf gewirkt werden. Dann gibt es einen Random Debuff, der Schattenschaden verursacht, der weggehalten werden muss von den Heilern. Und dann gibt es noch hier den Ruf der Ewigkeit. Da sind, wie gesagt, diese riesigen Kreise um die Spieler herum, die halt entsprechend rausgetragen werden müssen. Ansonsten kommt jetzt hier die erste Zwischenphase. Sie seht es hier, diese Kreise setzen sich in Bewegung, was dazu führt, dass jetzt hier entsprechende Runen spawnen. Und ja, diese Runen müssen jetzt halt schnellstmöglich in die entsprechenden Ziele reingebracht werden. So, das funktioniert folgendermaßen. Also erstmal die Phase heißt der Webstuhl der Schicksale. Das ist halt diese interaktive Drehscheibe. Man kann jetzt diese Runen in zwei Richtungen bewegen. Einmal im Uhrzeigersinn, einmal gegen den Uhrzeigersinn. Wenn ihr die Rune im Uhrzeigersinn drehen wollt, dann müssten sich eine ungerade Anzahl an Spielern in die Rune hineinstellen. Bei einer Neuausrichtung gegen den Uhrzeigersinn eine gerade Anzahl an Spielern. Bedeutet also, dass, ja, gegen den Uhrzeigersinn sich zwei Leute in die Rune reinstellen müssen. Und bei einer Neuausrichtung im Uhrzeigersinn würde quasi, ja, ein Spieler entsprechend reichen. So, bedeutet also hier, man sieht es hier, wir wollen jetzt in dem Beispiel diese Rune schnellstmöglich hier reinbekommen. Das heißt also, wir müssten jetzt hier diese innere Scheibe gegen den Uhrzeigersinn drehen. Und gegen den Uhrzeigersinn bedeutet, dass ich wenigstens, man sieht es hier nochmal, gegen den Uhrzeigersinn eine gerade Anzahl an Spielern in die Rune reinstellen muss. Also zwei Spieler. Deswegen komme ich jetzt hier dem Einspieler, der schon drin steht, zur Hilfe. Weil das führt dazu, dass wir jetzt die Rune, der ist jetzt hier, der Fall wechselt jetzt, wo wir zwei da drin stehen, sich gegen den Uhrzeigersinn bewegt. Und wir so jetzt die Rune in das entsprechende Ziel hineinführen, so, dass die Phase dann gleich abbricht, sofern auch die anderen Spieler auf den anderen Runen entsprechend das Ziel erreicht haben. Man muss also immer gucken, in dieser Phase, wo befindet sich die Rune, wo befindet sich das Ziel. Und dann muss ich entscheiden, okay, was ist der kürzere Weg, ja, muss ich in die eine Richtung, weil das der kürzere Weg ist, nur ein Spieler rein, muss ich in die andere Richtung, weil das der kürzere Weg ist, zwei Spieler rein. Je nachdem, ob man die Scheibe dann im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen möchte. Ich denke, im Prinzip sollte klar sein, nur halt, das muss man dann entsprechend checken, weil das ist, wie gesagt, hier die Hauptmechanik in dem Fight. Und das muss funktionieren, weil das letztendlich das Einzige ist, was hier gerade am Ende den Raid wipen kann. Ansonsten sieht man jetzt hier die besagte Tankfähigkeit, dieser große schwarze Kreis. Der Tank jumpt gerade raus. Es spawnt dann dieses Add, die Bürde der Bestimmung. Mit dem Add kann man quasi alles machen. Das kann man slowen, das kann man stunnen. Sollte man auch, aber vor allem sollten halt, wie gesagt, alle DDs darauf switchen, um halt, ja, zu verhindern, dass der AOE gewirkt wird, welcher den Raid wipet. Zudem muss natürlich der Tank wieder frei werden, um halt gleich den anderen Tank abzuspotten, wenn er die Fähigkeit bekommt. Hier sieht man wieder die Debuffs, die rausgetragen werden müssen von den DDs. Dort im Hintergrund sieht man jetzt diese riesigen Raumteilerbeams. Die spült man am besten, indem man sich halt, ja, in die Nähe von den schwarzen Strahlen, wo die Animation angedeutet wird, heranstellt. So kann man dann auf jeden Fall sicher sein, dass die, ja, Strähler eigentlich treffen. Ja, das ist so ein bisschen, ein bisschen tückisch hier dargestellt, weil man hat ja gerade gesehen, nur auf der einen Seite sind diese Raumteilerbeams, die Animation, angezeigt worden. Aber die kreuzen sich ja so. Und deswegen, ja, habe ich halt diese Fähigkeit Raumteilerbeams genannt, weil in der Tat wirklich der Raum einmal an zwei Teile geteilt wird. Nur halt bei der Animation wird das halt nicht so gut angezeigt. Kann aber sein, dass sie das auch noch später auf dem Live-Server ändern werden. Ja, ansonsten passiert hier, wie gesagt, nicht viel. Während in der Zwischenphase die eingeteilten Spieler sich um den Webstuhl der Schicksale kümmern, sprich um die Runen, gilt es noch zu beachten, dass der Boss selbst während der ganzen Geschichte 99% weniger Schaden erleidet. Der Effekt hält logischerweise so lange an, bis sämtliche Runen wieder in ihre ursprüngliche Ausrichtung zurückgebracht wurden. Ja, gelingt dies nicht rechtzeitig, hätte das ein Yawipe zur Folge. Der Rest des Raids kümmert sich um, ja, das, um die kleinen Ads, die hier spawnen, die Schicksalsbrut-Anomalien, die hießen vorher nochmal anders, haben sie jetzt auch nochmal geändert anscheinend. Nein, sie hießen erst so, aber heißen jetzt so, laut Dungeon-Kompendium, kurz vor Release des Patches. Also, ist ja auch egal, auf jeden Fall spawnen halt kleine Ads. Und, ja, die haben halt einmal zur Folge, dass sie einen Debuff auf den Tank wirken, der körperlichen Schaden alle 8 Sekunden um 10% erhöht. Das heißt also, auch aus diesem Aspekt heraus sollte die Phase nicht allzu lange dauern, weil es kommen wirklich sehr, sehr viele kleine Ads. Und, ja, die Tanks werden dann halt nach geraumer Zeit auch dort immer mehr Schaden bekommen. Zudem machen sie die Fähigkeit Verzweiflung, ist so ein AOE-Boat. Der ist kickbar, sollte auch gekickt werden, so oft das geht, weil ansonsten zusätzlicher Schattenschaden und Slow in den Raid hineingeschossen wird. Der Raid selbst muss sich dann noch mit den Schicksalsfragmenten auseinandersetzen. Das sind so Orbs, die hier durch die Gegend fliegen. Da darf man sich natürlich nicht von berühren lassen, weil das auch Schattenschaden und einen Slow verursachen würde. Und dann haben wir noch die Fähigkeit Instabiler Zuwachs. Das ist dann, ja, einfach so ein AOE, der zwischenzeitlich noch gewirkt wird und den die Highlighter dann letztendlich auch, ja, zusätzlich wegheilen müssen. Da kann man nichts gegen machen. Ansonsten schauen wir uns hier nochmal das zweite Mal diese Zwischenphase an. Auch hier hat man gerade gesehen, die Drehscheiben verschieben sich. Man muss jetzt hier, wie gesagt, gucken, wo ist die Rune, wo ist das Ziel, ja, was ist der schnellste Weg im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn. Je nachdem, eine Person rein oder zwei Personen rein. Hier haben wir das gerade richtig schön, richtig schnell gespielt. Ihr habt es gesehen, die Phase dauerte gerade ziemlich kurz. Hatten aber auch gerade in dem Trial gerade das Glück, dass die Rune entsprechend human gespawnt sind. Ja, das ist dann so ein bisschen RNG bei dem Fight. Es kann natürlich auch sein, dass ihr da ganz eklige Kombination habt, wo man wirklich ewig lange Wege hat, um die Rune entsprechend in das Ziel zu tragen. Ja, aber letztendlich wird es natürlich auch vom Blizzard so getunt werden, dass man halt jede Kombination halt entsprechend schaffen kann. Und ja, das ist halt zu dieser Phase. Ansonsten haben wir eben auch schon mal gesehen, bleibt alles gleich. Tanks tragen einen D-Buff raus, Ad muss gekillt werden. Spieler tragen einen D-Buff raus, der Explosion hinterlässt. Und ja, das Spiel wiederholt sich dann so lange, bis man dann irgendwann P3 triggert. Ich habe ja schon ein ganzes Mal gesagt, P3 ist im Endeffekt auch wie P1. Nur, dass halt diese Fähigkeit aus der Zwischenphase, also sprich das Verschieben der Rune, auch in P3 kommt. Das heißt, man muss also die letzten, glaube ich, 30 oder 40 Prozent, muss man halt diese beiden Phasenfähigkeiten nebeneinander spielen. Ja, die Rune werden quasi erneut fehlplatziert. Man hat dann allerdings nur 30 Sekunden Zeit, die Rune wieder auszurichten, sonst swip man. Was man jetzt gesehen hat in all den Tests ist, dass bei dem improvisierten Schicksal, dass weniger Rune verschoben werden, als in der normalen Zwischenphase 2. Ja, aber wie gesagt, das wird sehr, sehr knackig am Ende werden. Und das ist auch dann die Schwierigkeit, das muss wirklich schnell funktionieren. Da müssen wirklich alle Spieler auf Zack sein und genau wissen, was zu tun ist, um halt entsprechend die Rune, so schnell es geht, wieder in die gewünschte Position, beziehungsweise die Scheiben in die gewünschte Position zurückzuschieben. Das hat insofern, was ich gerade gesagt habe, nochmal höhere Relevanz ab Heroic, weil ab Heroic gibt es doch die Fähigkeit runischer Affinität. Das heißt, ab Heroic kann man nicht Vorherspieler einteilen, die diese Fähigkeit immer spielen, sondern letztendlich müssen alle Spieler diese Fähigkeit oder diesen Sinn dahinter beherrschen, weil letztendlich nur ab HC Spieler mit der runischen Affinität die Rune bewegen können. Und zusätzlich im HC kommt noch die Fähigkeit Echo der Ewigkeit hinzu. Das heißt also, dieser Debuff, den die DDs raustragen müssen, also dieser große, große Kreis, den wir jetzt schon mehrfach gesehen haben, der führt nämlich noch dazu, dass an der Stelle, wo der Debuff sozusagen ausläuft, noch ein Abbild von dem Spieler sozusagen hinterlassen wird. Und dieses Abbild explodiert nach Ablauf von 8 Sekunden noch einmal. Das heißt also, man hat in dem Sinne eine Doppel-Explosion. Das hat man jetzt hier auch gerade gesehen. Ein Spieler hat gerade ja hier diesen großen Kreis hier an den Rand abgelegt. Und jetzt hier an der Stelle ist nochmal so eine Kugel oder so ein Abbild von dem Spieler gespawnt. Und diese würde jetzt nach wenigen Sekunden nochmal hochgehen. Und deswegen umso wichtiger, dass der Raid sich auf gar keinen Fall hier in diese Zone, wo die D-Buffs abgelegen wurden, reinbewegt. Auch im Nachhinein nicht, nachdem halt der D-Buff ausgelaufen ist. Ja, mehr gibt es zu dem Bosskampf nicht zu sagen. Ich habe euch alles erzählt, was es zu wissen gilt. Zum Abschluss immer meine Keys to win. Dann, Tanks, wie gesagt, den D-Buffs so weit vom Camp wegtragen, wie nur möglich. Dass halt das Ad entsprechend gekillt werden kann. Ja, sich von den Ad's nicht treffen lassen an die Tanks. Der Raid das Ad in den Fokus nehmen und schnellstmöglich umhauen. Nicht von den Raumteller-Beams treffen lassen. Aus sonstigen Fähigkeiten ausweichen, gerade diesen Orbs in der Zwischenphase. Und ja, die Random-Debuffs natürlich auch wenigstens 20 Meter vom Camp ablegen. Um mal die Explosion, beziehungsweise der Part C, die Doppel-Explosion zu vermeiden. Und in der Zwischenphase und P3 die Drehscheiben schnellstmöglich wieder in die Ausgangsposition bringen. Weil sonst passiert das, was ihr gerade hier gesehen habt. Der Raid stirbt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch den Boss-Encounter gut nahe bringen. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Wie immer der Aufruf an dieser Stelle, wer es noch nicht macht, folgt mir doch gerne auf YouTube oder auch auf Twitch. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Habt eine gute Zeit. Ciao, ciao und bye. Ciao, ciao.